Need for Speed Moin Hi Darf ich kurz ein bisschen Fragen für mich machen? Mach Mein Fortnite-Creator-Code ist Revinsights Ihr könnt ihn gerne im Item-Shop bei Epic Games eintragen Da verdiene ich ein bisschen Geld damit Wegen welchem Game seid ihr denn hier? Wir sind von Retro-Tastisch Wir sind ein Retro-Gaming-Channel, der sich aber mal so ein bisschen mit anderen Sachen auseinandersetzt Alter, Fortnite geil, oder? Naja, noch nie gespielt Warum nicht? Er ist nicht alt, ne? Ja, weil... Ne, nicht mein Spiel Okay Okay Würdet ihr mich verlinken in eurem Video? Ja, das kommt drauf an Du musst nur so sagen, jetzt grüße, wer du bist Revinsight heiß ich Alles klar, machen wir Danke dir, schönen Tag noch Ja Auf Wiedersehen Ciao Gut, dann gehen wir weit Achso, Servus im Portal Alarm! 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 Alarm!